Und ein Moinsen zum ersten Transfer-Video von zwei in heute, die noch nachzuholen sind. Wir fangen an mit einem Abgangskandidat, der ja keine Rolle gespielt hat in der Vorbereitung und auch einfach lange ein Abgangskandidat war, nämlich Ömer Beyaz. Zur letzten Saison kam der Ablöse frei von Fenerbahce Istanbul als Riesentalent auf der 10. Das hat aber nicht funktioniert bei uns bisher. Hat nur 68 Minuten Bundesliga gesehen in der letzten Saison, durfte nur 68 Minuten spielen. Das Lent ist 100% klar bei ihm. Noch im März war er Kapitän von der U19 Nationalmannschaft von der Türkei, hat auch schon Einsätze in der U21 gesammelt. Aktueller Marktwert liegt bei einer Million und wie gesagt immer noch nur 18 Jahre alt. Vertrag bei uns bis 2025. Dann kamen so langsam diese Instagram-Journalismus-Gerüchte auf, die Leihgerüchte. Weil Beyaz auf einmal dem 1. FC Magdeburg gefolgt ist als der 2. Bundesliga. Dann kamen auch die Infos, der Bild und so weiter. Das passt, das wird passieren. Dahin können die Leihe also gehen, vermutlich ohne Kaufoption. Sehr interessante Infos gab es dann von der Fenerbahce-Seite auf Twitter. Die sagt nämlich, es gibt keine Leihgebühr, die Magdeburg zahlen muss und auch keine Kaufoption für Magdeburg. Interessant hier beim Deal ist, Magdeburg zahlt 100% des Gehalts. Ich erinnere uns auch eine Zahl, der bekommt wohl 65.000 Euro im Monat. Auch brutal, aber es ist halt Fußball. Und scheinbar garantierte Spielminuten. 1.500 Minuten wohl mindestens. Und das würde bedeuten, durch 90 geteilt, das sind 16,67 volle Spiele. Das wäre richtig stark. Hier aber eben das große wäre, weil das sind halt türkische Medien oder auch hier einfach ein Fenerbahce-Account auf Twitter. Das muss halt nicht 100% stimmen. Wenn es stimmen würde, wäre es natürlich eine grandiose Laie. Okay, Magdeburg letzte Saison auf Platz 1 aus der 3. Liga in die 2. Liga aufgestiegen. Die spielen natürlich klarerweise um den Klassenerhalt. Der Storstatt war aber vollkommen okay. Der könnte da wirklich, wirklich gut reinpassen bei Magdeburg in den Kader und eben auch in den Fußball. Auch mit Trainer Titz haben sie da einen, der auf Jugendarbeit setzt. Magdeburg ist auch ein Leiter, der durchaus überrascht und könnte in der Liga. Heute Abend ist ja schon Montag. Das Pokalstück gegen Frankfurt vor der Brust. Mal gucken, ob da was geht zu Hause. Ist auf jeden Fall, finde ich, eine sinnvolle Laie. Bei uns waren einfach keine Einsätze in Sicht in dieser Saison. Und hier ist auch noch interessant, Missentat war ja im Pod Cannstatt Podcast. Und da, wenn ich es richtig verstanden habe, hieß es, dass Bärs wohl bei uns, wahrscheinlich kein irgendwelchen Statut, irgendwelchen Regeln, keine Ahnung, wohl nicht VfB 2, also VfB U21, VfB 2 spielen könnte. Das heißt, da war auch relativ klar, entweder er spielt bei uns oder er kann halt gefühlt U19 spielen bei uns so, wenn er da hätte spielen können. Ich weiß nicht, wie es mit den Regeln aussieht, aber es war quasi unabdingbar. Entweder gibt es ihm Zeit, bei uns zu spielen oder er muss halt irgendwo weg, sonst spielt er halt gar nicht. Ist ja klar. Am 27. Juli wurde das dann offiziell auch vom VfB und von Magdeburg kommuniziert. Ein Jahr Laie in der 2. Liga. Wie gesagt, ich finde, das klingt auf den ersten Blick absolut wie eine sinnvolle Laie. Gerne eure Meinung in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.